Yo Leute, was geht? Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zeige ich euch mal, wie man mehrere Accounts auf einem Gerät erstellen kann, ohne dass man verschiedene Geräte bzw. verschiedene Handys braucht. Und auf jeden Fall, wenn du neu auf meinen Kanal gestoßen bist, würde ich mich extremst über ein Abo und Like freuen. Kostet dir nichts und du willst mir damit eine mega Freude machen. Ich verlose auch wieder in diesem Video eine 10 Euro Google Play oder App Store Karte. Wenn du diese gewinnen möchtest, dann musst du nur einen Kommentar verfassen, wo drin steht, wie viele Brawler ich eingeblendet habe und natürlich auch ein Abo und ein Like da gelassen habe. Auf jeden Fall, ihr seht schon, ich habe mittlerweile 10k Trophäen. Läuft auf jeden Fall ganz gut. Ich würde mal sagen, wir fangen auch jetzt schon mit dem richtigen Thema an. Auf jeden Fall, ihr könnt sehen, ich hatte im letzten Video einen Account, wo ich mindestens 9400 Gems hatte. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, ich blende es euch einfach mal oben rechts ein. Und ja, das ist auf jeden Fall mein neuer, mein zweiter Account. Den hatte ich jetzt schon ein bisschen länger. Und ich zeige euch einfach, wie einfach das ist, mehrere Accounts zu haben auf einem Gerät. Ich spiele hier auf meinem iPad. Damit ihr in der Lage seid, mehrere Accounts auf einem Gerät zu haben, müsst ihr erst mal auf Einstellungen klicken. Und dann seht ihr schon Supercell ID. Die Supercell ID ist halt das, womit ihr zwischen Accounts wechseln könnt. Und bei mir ist es grün und da ist ein Häkchen dazu. Das heißt, ich bin eingeloggt. Und da klickt ihr jetzt drauf. So, und dann klickt ihr hier auf das Zahnrad. Und jetzt habe ich natürlich meine E-Mail-Adresse verschwommen gemacht, weil sonst könnt ihr sie überall verwenden. Und ja, ist nicht gut. Ihr klickt jetzt hier auf Abmelden. Und dann steht hier Abmeldung. Du bist dabei, dich abzumelden. Der Spielfortschritt wird gespeichert. Das ist schon mal wichtig. Und dann klickt ihr auf Bestätigen. So, jetzt kommt ihr wieder in den Ladescreen. Und jetzt müsst ihr halt überlegen, ob ihr schon eine andere ID habt. Dann müsst ihr nur auf Anmelden klicken. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Aber wir machen es jetzt erstmal so, wenn man gar keine hat. Beziehungsweise wenn man eine neue erstellen möchte. Dann klickt man auf Ohne spielen. Was jetzt etwas nervig ist, dass man das Tutorial komplett durchspielen muss. Ich glaube, jeder kennt dieses Tutorial. Das ist extrem nervig. Wir spielen es einfach mal ganz schnell durch. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Tutorial fertig ist. Hier müsst ihr jetzt euren eigenen Namen reinschreiben. Beziehungsweise ihr müsst euch davor einen guten Namen überlegen. Weil ihr könnt erst wieder Ablevel 5 den Namen ändern. Und dann könnt ihr ihn auch nur einmal ändern. Dann kostet das Geld. Und ich nenne ihn einfach mal Posse. Posse 1. So. Klicken auf OK. Jetzt muss ich mein Alter angeben. Können wir 60 Plus auch angeben. Das ist total egal. Ähm, Juwelenjagd. So. Das Spiel ist auch wieder gegen Bots. Das müsst ihr auch kurz durchspielen. Aber wenn ihr das habt, dann könnt ihr auch schon weitermachen mit der Supercell ID. Weil dann kommen wir auch zum Menü, wo steht Supercell ID, jetzt erstellen. Deswegen. Ähm, und hier solltet ihr auch nicht AFK gehen. Das machen auch manche. Ähm, das Game ist schon so gut gemacht, äh, dass ihr halt dann auch verliert. Weil dann spielen die Bots gegen die Bots. Und, ja. Das Tutorial haben wir natürlich bestanden. Und wir klicken jetzt auf Verlassen. Ähm, das ist jetzt egal, was hier steht. Ihr klickt jetzt auf Einstellungen. Dann klickt ihr auf Supercell ID. Ihr könnt auch mit Freunden spielen mit Facebook anmelden. Das wusste ich gar nicht. Ähm, also klar, dass man mit Freunden spielen kann. Aber Facebook, das dachte ich jetzt nicht. Hier seht ihr jetzt gerade drei Accounts von mir. Ihr müsst einfach nur auf mit anderem Spielkonto registrieren anmelden. Dann klickt ihr hier auf. Ganz unten steht noch, ähm, noch keine Supercell ID. Dann klickt ihr hier auf jetzt registrieren. Falls ihr schon eine Supercell ID habt, hättet ihr auch das ganze Tutorial überspringen können. Oder ihr klickt jetzt hier auf Anmelden bei bereits registriert. So, jetzt registrieren. Neu erstellen. Jetzt geben wir hier eine E-Mail-Adresse an. Was wichtig ist hierbei zu sagen, dass ihr am besten keine 10 Minuten E-Mail nehmen sollte, so wie ich es gemacht habe. Ich kann sie euch einfach mal schnell zeigen. Hier könnte die Webseite sehen, wo ich mir die 10 Minuten E-Mail erstellen lassen habe. Ähm, das mache ich nur, weil ich keinen neuen Account gerade brauche. Deswegen erstelle ich schnell. Und, ähm, wenn ihr wirklich einen neuen Account haben wollt zum Tryharden, zum Trollen und den Account auch länger behalten wollt und nicht nur ein paar Tage, äh, dann solltet ihr auch eure eigene, beziehungsweise eine richtige E-Mail-Adresse über gmail, web.de, es gibt so viele Anbieter, erstellen. Ähm, ja, weil wenn ihr zum Beispiel euer Passwort vergesst, so, dann könnt ihr halt nach 10 Minuten keine E-Mails mehr erhalten. Und das heißt, euer Account ist dann für immer weg. Ja, das ist halt nicht so gut, denke ich mal. Ähm, wir klicken jetzt auch auf Weiter. Jetzt haben wir einen Code per E-Mail bekommen. Den kann ich euch natürlich auch, äh, schnell zeigen. So, wir aktualisieren das Ganze mal hier. Hier habe ich eine ID bekommen, beziehungsweise, ja, Supercell-ID-Registrierung. Hier seht ihr den Code, äh, den Code tippen wir einfach mal hier ein. 2, 8, 6, 5, 7, 5, senden, fertig. Dein Spielkonto ist nur mit einer Supercell-ID verbunden. Über die Spielanstellung gelangst du jederzeit wieder zum Supercell-ID-Dienst zurück. So, perfekt. So einfach und ihr könnt das 1000x, 10.000x, 10x, 5x machen. Ihr könnt hier unendlich Accounts erstellen. Hier könnt ihr noch einen schönen Avatar auswählen. So, passt. Und ihr habt jetzt ein Supercell-ID-Konto, was zu 100% safe ist, wenn ihr natürlich eine normale E-Mail-Adresse genommen habt. Ähm, so habe ich das auch gemacht. Ich habe, glaube ich, circa 5, 6 Accounts. Und, ähm, ja, ich hoffe natürlich, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Lasst einen Kommentar da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abo und Like nicht vergessen. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.